Durch die Zusammenarbeit mit A&M und die Kampagne konnten wir fünf Mitarbeiter einstellen, drei Azubis und zwei Gesellen. Damit konnten wir unsere Azubi-Quote für dieses Jahr erfüllen und auch Defizite vom letzten Jahr aufholen. In der Schweißerei durch die zwei Gesellen stehen wir jetzt wesentlich stabiler und sicherer da. Es ist mittlerweile sogar so, dass wir so viele Bewerber bekommen haben, dass wir die Kampagnen, zwei davon runterfahren mussten, wo nur noch die eine voll läuft und wir da quasi schon im Überfluss sind. Das ist auch für uns eine positive Sache für die Gesamteinstellung, weil wir wissen, wenn wieder mal ein Defizit da ist, brauchen wir nur die Kampagne wieder hochfahren und sind wieder direkt voll. Also ich bin Dominik Esser, Geschäftsführer der Esser Zerspannungstechnik GmbH, hier am Standort in Erklenz. Wir haben aktuell etwa 30 Mitarbeiter. Wir sind ein Lohnunternehmen im Bereich Drehen, Bohren und Fräsen. Wir arbeiten für den Maschinen- und Anlagenbau hauptsächlich. Unsere Kunden sind quer durch die Bank vom kleinen Schweißer um die Ecke bis hin zum Großkunden, der seine Maschinen weltweit verkauft. Bevor wir zu A&M gekommen sind, war die größte Herausforderung, Personal zu bekommen. Es war fast unmöglich, Auszubildende und auch Mitarbeiter neu zu generieren. Die herkömmlichen Wege haben überhaupt nicht gefruchtet und wir haben dringend eine Lösung gesucht. Dadurch, dass wir zu wenig Bewerbungen bekommen haben, haben wir Azubi-Stelle nicht besetzen können. Wenn Personal ausgefallen ist, haben wir das Problem gehabt, dass wir es nicht neu besetzen konnten. Dadurch waren die anderen Mitarbeiter, die noch da waren, deutlich stärker belastet. Das hat zu einem schlechten sozialen Klima geführt und allgemein auch Probleme mit den Kunden. Längere Lieferzeiten, wir konnten Liefertermine stellenweise nicht halten. Das hat uns in große Schwierigkeiten gebracht. Ich bin auf die A&M aufmerksam geworden, weil ein Kunde von uns, mit dem wir auch enger schon mal zusammenarbeiten, über die A&M sehr erfolgreich Personal generiert hat und der uns empfohlen hat, uns da zu melden. Und aufgrund dieser Empfehlung haben wir dann bei der A&M eine Anfrage gestellt. Die Strategieberatung war sehr sympathisch und kompetent. Er hat uns in kurzer Zeit das System sehr überzeugend dargebracht, sodass man es auch gut verstanden hat. Wir sind dann auch direkt auf eingestiegen. Die Zusammenarbeit mit A&M ist sehr einfach und unkompliziert. Auf Sonderwünsche ist schnell eingegangen worden. Wir hatten schnell einen Arbeitsplatz besetzt und konnten die Kampagne dann ohne Probleme auch direkt auf den nächsten umschwenken. Das ist unkompliziert gelaufen. Wir haben uns in allen Bereichen immer sehr gut geholfen. Also sehr überrascht bei der ganzen Sache hat mich die gewaltige Zahl an Bewerbern. Es war gegenüber dem, was wir an herkömmlichen Wegen kennen, ein Vielfaches an Bewerbern. Wo wir vorher vier bis fünf Bewerbungen im Jahr hatten, haben wir jetzt stellenweise 20 in der Woche bekommen. Das System funktioniert wesentlich besser, als ich mir das gedacht habe. Es generiert wesentlich mehr Bewerber, als man sich das überhaupt noch vorstellen kann. Und wir sind da sehr zufrieden mit. Also das hat mich wirklich überrascht. Der große Vorteil ist, dass die A&M die Bewerber vorher schon zurückruft und auch ein bisschen aussortiert, was wirklich eine ernsthafte Bewerbung ist. Sodass alle Bewerbungen, die ich bekomme, wirklich qualifizierte und auch gewollte Bewerbungen sind. Ich habe dann im Späteren auch erfahren, dass das gar nicht wirklich aufgefallen ist, dass das vorher nicht von uns gekommen ist, sondern dass die Anrufe von der A&M gekommen sind. Weil der Bewerbungsprozess ist da sehr flüssig gelaufen und es hat alles hervorragend funktioniert. Zur Verwaltung der Bewerbungen über die A&M hat die A&M ein Online-Portal. Über diese Software werden die Bewerber verwaltet. Man kann alle Angaben selber eingeben, wie der aktuelle Stand der Bewerbung ist, ob ein Bewerbungssprech zustande kam oder ob nur telefoniert wurde. Die Software ist sehr einfach und sehr unkompliziert. Selbst Mitarbeiter von uns, die nicht so geschult sind im Umgang mit Computern, konnten damit ohne Probleme alle Aufgaben erledigen. Wir waren uns am Anfang nicht sicher, ob die Investitionssumme sich auszahlen würde. Da aber die herkömmlichen Wege nicht zu einer wirklichen Lösung geführt haben und wir vom technischen Konzept doch sehr überzeugt waren, haben wir uns dann dazu entschieden, doch den Weg zu gehen. Und wir sind jetzt mehr als positiv überzeugt. Und das war wirklich eine gute Investition. Dadurch, dass wir jetzt voll besetzt sind, haben wir allgemein den Stress rausgenommen. Das soziale Klima ist deutlich besser geworden. Meine Mitarbeiter sind zufriedener. Wir haben auch den Vorteil, dass jetzt einzelne Personen nicht mehr so extrem belastet sind, weil sie von fehlenden Mitarbeitern Arbeit übernehmen muss, Überstünden sind runter. Das gesamte Klima ist besser geworden. Für mich persönlich ist auch das Ganze etwas stressbarer geworden, weil ich nicht immer mit dem Gedanken im Hinterkopf herumlaufe, wo kriege ich das Personal her. Wir sind insgesamt positiver für die Zukunft ausgerichtet. Wir haben jetzt Azubis, wir können gut in die Zukunft gucken. Wir wissen jetzt auch immer, wenn mal was fehlt, können wir gut neue Leute generieren. Also alles in allem sehr positiv. Also mein Rat an jeden, der überlegt, mit A&M zu starten, kann ich nur sagen, ausprobieren, machen, es funktioniert. Ich habe dadurch wirklich viele Leute generiert. Das System hat mich sehr überzeugt. Wer Personal sucht, der wird da finden.